Da bin ich wieder! Und du komm... Du holst auch deine Schelle ab hier. Kommst du... Ich verarsche oder was? Super! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit bezwirken. Naja... Kann man nix machen. Guuuut, dann... Du... Funke... Du bestest einmal weg... Du bestest Funke... Du bestest Edda weg. Ja, schon, das funktioniert. Scheint schon etwas besser zu laufen. Oh, passt. Das muss mir erst mal zurechtfinden. Das ist das doch mal. Ah... Das ist wieder so etwas Fieses. Ah... Das haben wir ausgerüstet. Geht doch. So, geht's da lang? Aha... Wuhu! Ah... Aha... Okay, der Niki ist mir das... Nicht bekannt. Aber das macht nix. Wir finden schon noch zurecht. die Vorstützung ist irgendwie das... Und das heißt... Oder ich glaub', dass die Version bisschen ein bisschen abgeschwächt wird... von den Sophen Allen chamado Punkt... könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich könnte ja nicht einfach irgendwie so vier Gegner noch hinkmalen. Das geht ja nicht so. Ich war auch nicht so schnell tot war das Gefühl. Aber ich bin wirklich wenig abgezogen. Hm. Komm zu Pashen jetzt noch weg den einzelnen. Bitte. Geht's ja alles lang. Steinschild. Aha. Der Rüstung. Oh ja. Oh ja. Ah. Ich... Dann kriegt man unseren... Dackel den Fritz noch. Ja. Stellen wir das irgendwie komisch vor wie die Sicht des Schriftfrisst. Ah. da kommen wir wieder her, das ist raffiniert Hallo? Och nö Ich muss doch noch rechts Das ist ja gemein Und jetzt sind die wieder da Äh, sind wir doch schon mal besiegt Das ist ein bisschen doof Ah, was bist du für immer? Du greifst ja, okay Da haben wir einmal einen Glatzenlicht und einen Holzkohle Du hast dumme Dunke, du hast den eine rein Du Probierst mal Schott aus Ja Jajajaj Jajajaj G-G-Feuer Feuer gegen Holz Holz gewinnt nicht Eine Schock Vielleicht lag es daran, dass er als einzelner war aber es war jetzt mit Schleg abgezogen Uh Königskoblin, der hieß aber auch Königskoblin. Das ist echt eine saugute Frage. Hallo? Ey, du! Oh! Du! Äh... Feuerbrot... Nee, den will ich mal aufholen. Was haben wir da eigentlich? Oh, ich will ne Wumpe haben. Bunker! Du bestehl einer rein und du bestehl einer einer rein. Dann dürfte es gut gehen. Oh ja. Oh! Die Wumpe wummt ganz schön hier. Naja... So gefährlich. Äh... Da steht, da steht, da steht und du bestehl die alle. Jeder bestehl einer anders. Prozent das gleiche zu viel aufziehen alles über 100 ist cool Prozent der stein für alle drauf super nein ich will die ruhe ab und zombie ring m die dritte die flüchtig die flüchtigte hatte doch keine Irgendwie kommt der Gegner und es ist ein Panzerkombin. Okay. Aber eins noch nicht. Okay. Was du meinst? Scheiße. Ich weiß nicht, wie man in die Ruhe hinkommt. Ach, da sind nochmal zwei Drohnen. Wie komme ich denn da hin? Äh, 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 äh. Ein Frostegel! Okay! Immer schon Feuer dolle! Oh! Äh, ein Dawn inspector! ißene Musik ich will jetzt irgendwie auch nicht den feuerdolf weg tun so wie ging das dass ich da hochkomme ich glaube ich weiß es schon irgendwie ich muss schauen dass die plopper nach oben kommen ja genau dann so und dürfte ich eigentlich springen da äh bestehende 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 damit das bringt was da und dann da perfekt ne 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 ja bye bonus Hat es irgendwas geholfen von den Attacken? Glaub's mal ja nicht. Selam ist gleich tot. Das ist doof. Du hast den rein, du warst dort auf Selam mal. Du basht den rein, du basht Bunker rein. Oh, U2. Bei wenigstens was. Watz! Was heißt der Watz? Gib dir gleich ein Watz. Super. Drauf zieht sich mal wieder. Es haut einfach alles drauf, dass es schon passt. Nichts. Passt. Passt. So, da um einmal. Und so anbauen. Und einmal. Oh, Schlüssel. Dann hätte man sogar noch her müssen. Lüstung. Ganz schnell. So anbauen. Ähhhhh. Scheiße. Ach so. Dann äh. So. Okay Leute. Ich danke fürs zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.